Die Marke Van Powers hat mit seinem Modell City Venture ein Bike mit einem sehr außergewöhnlichen Rahmenkonzept im Programm. Das Besondere, der Rahmen wird zerlegt in Einzelteilen geliefert. Im ersten Moment haben wir uns schon die Frage gestellt, welche Idee denn hier dahinter stecken könnte. Bei näherer Betrachtung haben sich dann gleich mehrere Vorzüge eines solchen Systems gezeigt. Die einzelnen Rahmenbauteile können in verschiedenen Farben zusammengestellt werden und so ist es möglich, dass man sich sein Rad mit individuellem Anstrich selbst kreieren kann. Zudem können defekte oder beschädigte Rahmen- oder Elektroteile einfach ausgetauscht werden, was der Nachhaltigkeit zugute kommt. Die Zapfenbauweise soll laut Hersteller für besonders hohe Verwindungssteifigkeit sorgen und dem Rahmen dadurch mehr Stabilität verleihen, als dies bei herkömmlich produzierten Rahmen der Fall sein soll. Beim Aufbau und der Erstmontage des Rades fühlt man sich als Laie am Anfang schon etwas verloren, wenn man vor einem Berg an Einzelteilen steht. Umso mehr hat uns dann tatsächlich die Einfachheit des Montagevorgangs überrascht. Jedes Teil ist nummeriert und mit etwas technischem Geschick lässt sich das Van Powers fast schon intuitiv zusammenführen. Aufgebaut macht das City Venture eine gute Figur. Die Kabel sind aufgeräumt, im Rahmen versteckt und auch die Schraubverbindungen an den einzelnen Rohren stören die Optik kaum. Der Single-Speeder verfügt über einen 350 Watt Hinterradmotor, der ordentlich anschiebt und das Rad gut in Schwung hält. Auch kleinere Hügel überwindet das Bike spielend. Sehr schön finden wir, dass das Van Powers über einen Gates-Riemen verfügt, der wesentlich leiser arbeitet als Ketten und zudem wartungsärmer ist. Das Display ist mittig im Vorbau integriert und kann bequem über das Control-Panel am Lenker gesteuert werden. Insgesamt stehen fünf Unterstützungsstufen zur Verfügung. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro. Auf der Strecke zeigt sich das Van Powers mit einem ruhigen sowie fehlerverzeihendem Fahrverhalten. Es wirkt sehr verbindungssteif, hat eine gute Bodenhaftung und meistert auch Kurven souverän und sicher. Fazit Das Van Powers City Venture Single-Speed E-Bike mit außergewöhnlichem Rahmen-Montagesystem überzeugt mit guten Fahreigenschaften, ist verbindungssteif und mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Die Montage des Rades ist auch für Laien mit ein bisschen technischem Geschick problemlos zu meistern. Die Montage des Rades ist auch für Laien mit ein bisschen technischem Geschick problemlos zu meistern.